So, wir gehen rein. Der gute, alte Mann kennt ihn. It's AsiTV, Creator Code Asi. Wenn wir hier Hack auf andere Namen machen, müssen wir ihn auch ein bisschen supporten, ja, Leute? Salamu alaikum, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, heute wieder beichten, Bruder, weil ich merke, ihr braucht immer meine Hilfe und so. Deswegen dachte ich mir, Bruder, weißt du was? Ich helfe euch. Aber ey, nehmt meine Hilfe nicht wirklich ernst. Am Ende, Bruder, wegen euch komme ich gelassen oder so. Wie, wie, wie? Hä? Natürlich nehme ich deine Hilfe ernst. Weil die sagen, ja, das kommt von ihm oder so. Deswegen, Bruder, chillt eure Nuggets, okay? Ich versuche euch zu helfen. Ich kann euch nichts versprechen. Also, fangen wir langsam an, okay? Eure Beichten. Ich helfe euch. Danke. Ich, W28, beichte, dass ich so tue, als ob Apparat mich angefasst hat. Das ist nicht lustig. Bruder. Carina, push! Sag, wann guckst du meine Videos? Wann ist es bitte cool geworden, ein A-M-Sein? Hör mal zu, Carina, ich weiß gerade. Also, hör mal zu, Carina. Nein, Mann. Du hast gerade selbst zugegeben, dass du lügst. Du hast Frauen nicht so respektlos zu behandeln. Nicht hier, das stimmt gar nicht. Hör auf damit, okay? Was schreibt die, Bruder? Ja, ist schade. Geh mir rein, Bruder. Geh mal weiter. So, nächste. Ich, M15, beichte, dass ich Lehrer mit Stuhl abgeworfen habe, weil sie sagt, dass ich alles falsch hatte am Mann-Arräumen. Bruder, was bist du für ein Kind? Walla, was bist du für ein Kind, Bruder? Meine Lehrer haben mir sechs gegeben. Ich, ich, ich kau nicht mal Kaugummi. Einer schmeißt mich von hinten mit Kaugummi ab, okay? Ich sag, ey, Bruder, was machst du und so? Der Lehrer sagt, raus, du hast gerade geredet. Ich sag, ey, ich hab gerade Kaugummi. Nee, raus, raus. Was sind, Bruder, was, was, manchmal. Ich sag mir so, Bruder, was sind das für Lehrer? Eins zu eins, Digga. Man kriegt immer Schuld, obwohl man gar nichts gemacht hat, ey. Wie das? Aber egal. Okay, nächste, nächste. Ich, M13, beichte, dass ich 22 Mädchen auf den Mund geküsst habe. Bruder, egal, ob es fünf... Herpes. ...und zehn sind, du hast 100% Corona, okay? Du hast Corona einfach. Fertig. Guck mal, letztens, ich war in Frankfurt, da war ich mit so sechs, sieben Kanacken, weißt du? Und danach, die haben mir alle Kuss gegeben, links, rechts, Bruder. Ich dachte mir innerlich, Bruder, ich hab Corona, ist vorbei. Ich hab Corona. Deswegen hört auf euch zu küssen, Bruder. Was, was los mit euch? Ich, M14, bericht, dass ich insgesamt schon 18 Mercedes-Sterne geklaut habe und alle verkauft. Oh mein Gott. Bruder, Bruder, Bruder. Ich kannte einen in der Klasse, die hat auch sowas gemacht. Die sagte so, so ganz stolz zu mir, so, ja, ich hab von Mercedes immer diese Stern, was da vorne ist, hab ich immer geklaut und so. Ich hab das dann verkauft, 50 Euro. Wäre das kein Mädchen gewesen, das war einfach ein Mädchen. Wäre das kein Mädchen gewesen, ich hätte die dumm und dämlich gehauen. Nein, Spaß. Gewalt ist keine Lösung. Puh, Bruder, wer sowas macht. Puh, Puh. Ja, Puh, Puh. Was machst du? Dünn doch. Ich, M13, beischte, dass ich Bananen... Vor allem das Schlimme ist, also ich weiß jetzt nicht, ob die Nachricht echt war, aber ich glaube schon, dass sich einige Kiddies mit sowas brüsten und sich dafür cool fühlen, obwohl das die größte Assi-Scheiße auf der Welt ist. Holy Moly, Alter. Mit Schale esse. Puh. Ne, Bananen mit Schale, ist das nicht giftig? Ist Bananenessen mit Schale giftig? Das ist doch nicht gut, das ist giftig. Bananen mit Schale essen gesund. Generell gilt, die Bananenschale mit zu essen ist... Generell gilt, die Bananenschale mit zu essen ist sehr gesund. Sie sollten dabei aber folgende Dinge beachten. Denn Schale ist leider nicht gleich Schale. Essen Sie generell nur die Schale von Bio-Bananen. Okay, hab sofort nur noch Bananen mit Schale. Ich dachte wirklich, das ist giftig. Aber ich esse doch keine, ja, wenn denn nur Bio-Bananen, also sowieso nur Bio-Bananen, aber ich finde das doch widerlich. Die Banane, weißt du, die kommt aus, weiß ich nicht, Uruguay oder irgendwo kommt die doch her. Die Banane fliegt mehrere Millionen Kilometer dreimal um die Welt, einmal zum Mars hin und zurück. 20.000 Leute haben die angefasst. Da musst du... Ne, selbst wenn man die wöscht, wird die doch nicht sauber richtig. Ich weiß nicht. Also ich esse keine Banane mit Schale. Bruder, du isst bestimmt auch Sucuk mit diesen Rants. Sucuk mit diesen Plastikranden. Was denkst du dir, Bruder? Sei mir ehrlich, was denkst du dir? Das kam aus Afrika, Bruder. Das haben so Leute angefasst, die haben uns so gepflückt und so. Die haben bestimmt so Popeln an den Finger gehabt und so. Der nimmt diese Banane, der isst einfach... Bruder, du bist so ekelhaft, Wallah. Du bist einfach ekelhaft. Bruder, ich kann euch gar nicht helfen. Wie soll ich... Ja, obwohl Äpfel isst man ja auch mit Schale. Hmm, ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall mal, Leute, ich werde mir eine Bio-Banane im nächsten Stream, werde ich mir eine Bio-Banane kaufen und werde sie mit Schale hier essen. Live on Stage. Ich helfe. Was ist das für Beichten, Bruder? Was ist das für Beichten? Ich habe meinen Bruder in die Apfelschorle ge... Er erzählte, dass ich rauchte meine... Ach, du Scheiße, Bruder. Das erinnert mich wieder an meine Kindheit. Da hat einer aus der Klasse, hat in eine Apfelschorle reingepisst oder so, hat irgendwo reingepisst, in eine Apfelschorle, genau, so ein Ding. Und ein Mädchen hat es getrogen, die hat dann gekotzt und so, weil die dachte, es ist Apfelschorle. Bruder, wie kann man so ekelhaft sein? Wallah, wie könnt ihr sowas machen? Nächster, wo soll ich euch da helfen? Ich M19 beiste, dass ich immer in ein Schwimmbad ins Becken pisse. Bruder. Guck mal, aber ich sage euch ehrlich, okay, jetzt mal unter uns so. Ich sage jetzt, Bruder, was soll das und so, aber ich sage mal ehrlich, Bruder. Wallah, das habt ihr alle schon... Das wollte ich gerade sagen, Digga. Jeder von euch da draußen hat das gemacht. Ich habe euch, Digga, ich sage euch ehrlich, ich habe euch doch auf dem Schirm gemacht. Und dann kennt ihr das, ihr pisst so ganz leise, so ihr denkt euch, okay, kleiner ist, ich pisse jetzt. Und danach, da kommt so unten in diese Wasser, so auf einmal so warme Wasser raus, so miese angenehm. Aber ihr schwimmt dann weg, weil es so ekelhaft ist, weil es pisse ist. Pisst nicht in den Becken, hört auf damit. Ich M12 beiste, dass ich mich verliebt habe. Ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Digga, man schwimmt so und bleibt einfach stehen. Die Profis schwimmen aber währenddessen einfach weiter, dass es nicht auffällt. Okay, okay, hör mir mal kurz zu. Okay, M12. Du bist zwölf Jahre alt, was für Liebe, Bruder, du bist zwölf. Was hat er gesagt? Geh in den Kindergarten, Bruder, geh Sandgassen spielen, du bist zwölf, was für Liebe. Warst du verliebt, Bruder? Ich sehe kleine Kinder, die sind zehn Jahre alt, die haben Freundinnen und so, die küssen sich, Bruder. Wie alt seid ihr? Ich schwöre, ihr habt heutzutage gar keine Probleme, Bruder. Der ist zwölf, der hat Freundinnen. Nächste, Bruder, nächste. Ich M65 bin alt, aber feier deine Videos. Ach du... Ey, wieso gucken meine Videos 30-Jährige und jetzt noch 65-Jährige? Bruder, was, warum? Ich kann mir so vorstellen, der sitzt so gerade an seinem PC, der macht so. Aha, hier, ah, jetzt hasseTV, neues Video aufgeladen. Ja, voll, ja, den mag ich, ja, den gucke ich jetzt mal weiter. Ja, Kinder, komm mal kurz her, guck mal den YouTuber an, der ist sehr witzig. Du kennst doch das Gefühl, du tradest jetzt mit mir, nehmen wir an. Bruder, hört doch auf damit. Nächste. Ich habe ein Video von dir meiner Mutter gezeigt und sie feiert deinen Humor nicht. Okay, ich bleib ganz ruhig. Warum zeigt ihr diese Videos euren Müttern? Warum macht ihr das? Hört auf damit, ihr blamiert mich. Das ist miese, cringe, das ist cringe einfach. Hört auf damit. Okay, ich bleib ganz ruhig. Hört auf, meine Videos euren Eltern zu zeigen. Okay, ich bleib ganz ruhig. Warum macht ihr das? Das ist auch nicht der erste Kommentar, das habe ich schon 10 Mal gehört oder so. Alle sagen, ja, Bruder, ich zeige das meiner Mutter und so. Ich beichte, dass ich schon mal eine Lehrerin laut beleidigt habe, weil er mir eine 5 gegeben hat. Guck mal, einen Satz vergesse ich niemals, das vergesse ich niemals in meinem Kopf. Ich weiß, ich weiß nicht, ob der Lehrer gerade das sieht. Einmal, ich habe, ich habe, der Lehrer hat gesagt, es kommt ein Mathe-Test und so, gell. Ich habe den ganzen Tag lang geübt, den ganzen Tag, den ganzen, okay, ganze Zeit geübt. Und auf einmal kommt der Test, ich schreibe alles perfekt, alles durch. Und danach, drei Tage später, Ergebnis kommt. Ich gucke, rate mal, welche Note. 6. Ich habe eine 6 geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe 6 geschrieben. Und dann diesen Satz vergesse ich nicht. Nee, also, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass er bei einer 6 irgendwas falsch gemacht hat. Was dein Lehrer zu mir sagt, Bruder, der sagt einfach. Hättest du lieber mal ein bisschen geübt. Ich habe den ganzen Tag geübt. Ich empfiehlt den Beichte, dass ich mal bei McDonald's Cheeseburger gekriegt habe. Wie willst du das gemacht haben? Das sind deine Theke. Wie willst du das gemacht haben? Wie der Lüge, damit er ins Video kommt. Jetzt ist auch noch ein Video drin. Sei mal ehrlich. Aber kennt ihr diese Leute? Guck mal, du gehst zum Beispiel Rewe, du holst dir irgend so eine Rindersalami. Jetzt ich nicht, okay, aber naja, vielleicht schon, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen. Kommt dann ein Kollege, der sagt, Bruder, das ist doch nicht Halal, Bruder, warum kaufst du bei Rewe sowas? Ja, Bruder, aber du gehst Burger King, McDonald's, da frischst du aber, da sagst du nicht Halal oder nicht. Und der so, ja, Bruder, du hast recht. Hadi, ciao, haut rein, benutzt Greater Quote Asi. Alhamdulillah. It's Asi TV, Digga, du musst nur noch auf 8 Minuten strecken. Man kann ab 8 Minuten schon Werbung schalten. Schade, dass das nicht kennt. Entsp亮. Ich bin überms sensitiv. Tschüss. you